sehen wie es mein schoko mann schauen wo sie den ping auf deiner haus hat boah das ist ein besserer ping als wie gestern in den 2v2 gewesen mit der es handelt sich um sie ist kein public was machen die also die brief an einem verwenden das war wurscht Geht's zunächst? Ich komm mit. Scheiß auf die Punkte. Perfekt, die gelbe window. Scanner window. Wenn wir einen Kill geben, wir den spawnen, ne? Machen die gerade auch 1v2 gegen uns oder? Er hat mitmaps gefangen gehabt, weil der Matt so weit von ihm da draußen gestanden ist. Die Kennen kannst du vorne kriegen, ich steck uns weit hinten. Keine Ahnung, wer sind wir? Achso, warte, war Josh. So am Laufen. Next. Mit oder ohne Streaks? Oh nein, okay. Möge ich jetzt der zweite A-Mittel kommt, weil, ja. Window-Site, bei dir links. Beide. Einer kommt über Lobby. Wenn er kommt, keine Ahnung. Ne, was? Ich würde ihn gar nicht abdrücken. Okay. Quack. Haha. Hier, Arav. Warte mal. Ja, ja. Jetzt wieder zurück. Pascht, pascht. We-gü-next. Was schießen die rum? Bei mir Front, äh, Jungle Link, ah rechts, mit Coated Ich mach die Punkte mit Hills dann Ja, Gunship Das ist so glücklich, ich mach mich nicht Links ist nur Knie, anung ich kann kurz spauen Das wird sooo fett geüploadet auf YouTube Leute Aber gemutet, ich werde einfach nur... Bin erst aufs Gruppel los, ne? Tod, schade, Alter, ich wollte zu Null rausgehen, aber ich bin eh... Ich stehe nur 18 an uns... Ah, ich glaube, ich habe die mitgeschickt, möglicherweise Ja, alles gut Na, Plascher Die haben jetzt 5 Punkte, Junge Ach so, okay Ich gehe... Ich gehe helfe... Okay, helfe es keiner Backspawn schon, es war keiner, die sind alle beide bei dir Ja, left the game Das ist so easy, ne? Danke.